Aufgabe 5 Ihre Freundin Anna hat in diesem Semester das Fach Europäische Geschichte belegt. Für den Schein kann sie entweder innerhalb zwei Wochen während der Vorlesungszeit eine Seminararbeit verfassen oder eine Klausur nach den Ferien zum nächsten Semesterbeginn schreiben. Anna weiß nicht, welche Möglichkeit besser ist. Sagen Sie Anna, wozu Sie ihr raten. Wägen Sie die Vorteile und Nachteile der beiden Möglichkeiten ab. Begründen Sie Ihre Meinung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.